Der Montag ist überwiegend trübe, aber trocken. Hoffnung auf sonnige Abschnitte können wir uns am ehesten am Morgen machen. Die Temperaturen liegen morgens bei 6 Grad und erreichen im Tagesverlauf maximal 9 Grad. In der Nacht ist es bedeckt bei 7 Grad. Am Dienstag fällt Regen, der zeitweise auch recht kräftig ausfallen kann. Die Temperaturen fallen runter auf 6 Grad. Der Mittwoch wird dagegen wieder freundlicher und auch milder bei bis zu 10 Grad. Am Donnerstag wird's dann noch milder, das Quecksilber steigt dann bis auf 13 Grad.